Und gibt es jetzt die Führung. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Er geht in den Strafraum. Er kann ihn nicht aufhalten. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hicht. Dolberg. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Aber allweiter Klostermann. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage. Ecke kommt's. Guter Vorstoß jetzt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Jetzt schießt er. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Arne Meier. Das könnte die Gelegenheit geben. Jetzt liegen sie nur noch ein Tor zurück. Tolle Moral. Noch lebt die Chance. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Das wäre ein Kandidat für das Todesmonat. Preis und auf sich. Oh, war das wieder. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020